Ja, die Angst legt um bei den Altparteien. Die absolute Mehrheit für die festgefahrene CSU-Regierung in Bayern, da ist so gut wie sicher dahin. Und das ist auch gut so. Deren Zuln im Erfolg vergangener Tage hat die Altpartei Anträge gemacht. Spätestens seit der Ära Merkel kommen die Auswirkungen der Stuhlstandsregierung bei den Bürgern an. Allein durch die Tatsache, dass sich der Bürger nicht mehr verstanden fühlt, dass Politik über seinen Kopf gemacht wird, dass keinerlei Transparenz mehr herrscht in der Politiklandschaft, macht es doch erst möglich, dass es uns gibt und dass die AfD immer erfolgreicher wird. Wissen Sie, wo die Demokratie wirklich ist? Demokratie ist, wenn eine neue politische Kraft entsteht, weil die Altparteien selbstzufrieden die wirklichen Sorgen der Bürger verloren haben. Die Leute da draußen, die wollen kein Politiker, kein Correctness. Sie wollen verständliche Antworten und Lösungen. Doch was haben da die Altparteien noch zu bieten? Außer mit der verstaubten Rassismuskeule auf alles einzuschlagen, was sich die Bründe gefährden könnte. Aber die Keule, die zeigt nicht mehr. Wenigstens nicht mehr lang.